Hey Leute, wie geht's? Der Himmel sieht heute für schöne Luftaufnahmen gar nicht so schlecht aus, ist aber viel heller als der Untergrund. Oben ist alles zu hell und unten zu dunkel. Wie wir das mit Filtern verbessern können, zeige ich in diesem Video. Los geht's! So sieht die Aufnahme an einem normal bewölkten Tag ohne Filter aus. Einen zu dunklen Untergrund könnte man in der Bearbeitung noch etwas aufhellen, hier fangen die Aufnahmen dann aber schnell an zu rauschen. Und einen überstrahlten Himmel kann man in der Bearbeitung kaum noch korrigieren. Deshalb ist es für perfekte Ergebnisse wichtig, schon während der Aufnahme den Himmel abzudunkeln oder zu verschönern. Ich habe dafür verschiedene Filter, die ich jetzt der Reihe nach teste. Hier links sind zum Beispiel reine ND-Filter, einmal das originale ND-Filter-Set von DJI und daneben habe ich ein ND-Filter-Set und noch weitere Filter von Freewell. ND-Filter nutzt man an hellen Tagen, um die Aufnahmen abzudunkeln. Das könnte man auch mit einer kürzeren Verschlusszeit machen, aber dann fehlt es den Aufnahmen an einer natürlichen Bewegungsunschärfe. Mit einer zu kurzen Verschlusszeit hat man oft ein leichtes Flimmern in den Aufnahmen. Egal ob man im Automatik- oder im manuellen Modus aufnimmt, helfen dann solche ND-Filter. Dann habe ich hier ein ND-Pol-Filter-Set. Hier ist also zusätzlich ein Pol-Filter drauf, mit dem wir an sonnigen Tagen den Himmel etwas abdunkeln und auch verschönern können. Hier habe ich ein Windex-Mist-Filter-Set. Solche Filter werden gerne beim Spielfilm für einen weicheren Look eingesetzt. VND steht hier für variabler ND-Filter. Die ND-Stärke, also die Stärke der Abdunklung, können wir also variabel einstellen, indem wir das Rädchen drehen. Und der sogenannte Mist-Filter macht das Foto oder Video durch eine Beschichtung etwas weicher oder nebliger und Lichter erhalten einen Glow-Effekt. Das ist wie immer Geschmackssache. Gerade bei solchen Drohnenaufnahmen kann man damit auch einer künstlichen Überschärfung entgegenwirken. Dann habe ich hier einen Gold- und Blau-Effekt-Filter. Die beiden Filter bringen uns an Lichtquellen cinematische Lichtstreifen ins Bild. Und zu guter Letzt habe ich noch ein ND-Verlaufs-Filter-Set, mit dem wir jeden Himmel etwas dunkler und schöner machen können. Damit wir einen Vergleich haben, mache ich zuerst eine Aufnahme ohne Filter. Die Kamera habe ich auf Automatik gestellt. Wenn die Kamera gerade auszeigt, also den hellen Himmel mit im Bild hat, wird die Verschlusszeit viel zu kurz sein. Hier kann es dann bei schnellen Bewegungen etwas unnatürlich aussehen. Und wenn ich weiter runter schwenke, sollte die Bewegungsunschärfe wieder passen. Aber wie wir sehen, ist der Himmel für diesen Untergrund viel zu hell. Das sieht nicht besonders schön aus. Dann teste ich mal die ND-Filter. Bei dieser Gelegenheit zeige ich euch auch gleich mal meinen Lieblings-Gimmelschutz. Den kann ich euch wärmstens empfehlen und packe den zusammen mit den Filtern und weiterem Zubehör in die Produktliste in der Videobeschreibung. Zuerst setze ich mal die reinen ND-Filter rauf. Am natürlichsten sehen Aufnahmen mit einer Verschlusszeit aus, die der doppelten Framerate entspricht. Ich filme meistens mit einer Bildwiederholrate von 30 FPS. Hier wäre also eine Verschlusszeit von einer 60. Sekunde perfekt. Mit den ND-32 Filtern haben wir bei dieser Helligkeit eine perfekte Belichtung und auch eine natürliche Bewegungsunschärfe. Ich zeige nochmal den direkten Vergleich. Hier haben wir ohne ND-Filter, wie man in einem Standbild gut sehen kann, keinerlei Bewegungsunschärfe. Und mit den passenden ND-Filtern haben wir diese gewünschte natürliche Bewegungsunschärfe. So genau nehme ich das allerdings selten. Ich mache das Pi mal Daumen und nutze, wenn es dunkel ist, gar keinen ND-Filter. An hellen, bewölkten Tagen einen ND-16 Filter. An sonnigen Tagen einen ND-32 Filter. Und wenn es richtig hell ist, auch mal einen ND-64 Filter. Hier ist die Sonne, wie wir sehen, gerade hinter einer Wolke verschwunden. Deshalb habe ich den ND-16 Filter drauf. Hier einmal von DJI. Und einmal von Freewell. Einen Qualitätsunterschied kann ich nicht feststellen. Ich lege mal beide Aufnahmen nebeneinander. Links DJI und rechts Freewell. Sieht beides sehr ähnlich aus, aber im DJI-Set gibt es nur einen ND-16, ND-64 und einen ND-256 Filter. In meinem Freewell-Filter-Set gibt es zusätzlich den ND-4, ND-8, ND-32 und für eine Langzeitbelichtung einen ND-1000 Filter. Am meisten nutze ich, wie gesagt, nur den ND-16 und ND-32 Filter. Da DJI keinen ND-32 Filter anbietet, verlinke ich in der Videobeschreibung das Freewell-Set und auch den ND-16 und ND-32 Filter einzeln. Diese ND-Filter gibt es aber auch mit zusätzlichen Polfilter. Solche Filter nutzt man in erster Linie normalerweise, um Spiegelungen und Reflexionen zu reduzieren. Aber gerade bei Luft- und Landschaftsaufnahmen kann man damit auch den Himmel verschönern. Am besten funktioniert das bei einem klaren oder leicht bewölkten Himmel. Um den Polfilter am besten zu nutzen, hält man den vor das Auge und blickt zum blauen Himmel. Dann dreht man den roten Ring am Filter, bis der Himmel dunkler wird. Noch besser wirkt dieser Effekt, wenn die Sonne seitlich im Bild ist. Dann kann man einen leicht bewölkten Himmel sogar so weit abdunkeln, dass er perfekt zum dunklen Boden passt. Deshalb nutze ich am liebsten nicht die reinen ND-Filter, sondern die ND-16 und ND-32 Polfilter. Jetzt komme ich zu den VND-X Mistfiltern, also zu den beschichteten Filtern, die das Bild etwas weicher machen und einen leichten Glüheffekt auf Lichtquellen legen. Hier kann man mit dem roten Drehrädchen die ND-Stärke perfekt variabel einstellen. Die Aufnahmen werden hier nicht nur etwas weicher, sondern auch etwas wärmer. So kann man aus einem scharfen Videolook einen etwas weicheren, cinematischen Vintage-Look kreieren. Das ist reine Geschmackssache. Mir gefällt dieser Look ganz gut, aber wer schärfere neutrale Aufnahmen bevorzugt, sollte hier lieber die Finger davon lassen. Mit diesen Gold- und Blau-Effektfiltern kann man auf Lichtquellen solche schönen cinematischen Lichtstreifen legen. Diese Filter würde ich nur dezent einsetzen, aber gerade wenn die Sonne tief steht oder man künstliche Lichtquellen im Bild hat, kann man mit diesen Filtern tolle Lichtreflexe schaffen. Der goldene Filter macht wärmere Lichtreflexe und der blaue Effektfilter macht kühlere Reflexionen. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsfiltern. Mit den vorhin schon gezeigten ND-Pol-Filtern kann man wie gesagt einen klaren oder leicht bewölkten Himmel abdunkeln. Und mit diesen Gradient-Verlaufsfiltern kann man jeden zu hellen Himmel abdunkeln. Deshalb sind diese Filter auch meine absoluten Favoriten. Die habe ich eigentlich immer dabei, denn ein abgedunkelter Himmel passt meistens besser zum Untergrund und mit einer daraus entstehenden besseren Belichtung wird der überstrahlte Himmel abgedunkelt und dadurch ein zu dunkler Boden aufgehellt. Hier ist noch der direkte Vergleich, links ohne Filter und rechts mit Verlaufsfilter. Ohne Filter habe ich hier einen überstrahlten Himmel und unten ist alles etwas zu dunkel. Rechts mit Verlaufsfilter sieht der Himmel schön blau aus und der Baum und der Boden sind durch die bessere Belichtung etwas heller und auch kontrastreicher. Hier ist nochmal eine Aufnahme mit den ND-Pol-Filtern. Die habe ich auch immer dabei, aber die wirken wie gesagt nur bei klarem oder leicht bewölktem Himmel und leider auch nur, wenn man seitlich zur Sonne filmt. Mit der Sonne von vorne oder im Rücken sieht das dann leider wieder genauso aus wie ohne Filter. Und pünktlich zum Feierabend kommt jetzt noch die liebe Sonne raus. Mein dritter Akku geht langsam zur Neige, aber ich habe noch kurz den VND Mistfilter, also den variablen ND Vintage-Look Weichzeichnerfilter angebracht. Wenn man jetzt noch Cinemascope-Balken und auch noch schöne Musik hinzufügt, kann das schon ganz schön nice aussehen. Und mich würde mal interessieren, ob ihr auch Filter nutzt und welche Filter euch hier am besten gefallen haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut, bye bye. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben.